Das ist eine alte Druckplatte, ich habe früher auch Tiefdruck gemacht und die habe ich dann immer als Hintergrund und dann die Bilder so auf eingezeichnet und vorgeschoben. Also diese Uhr, das siehst du da hinten noch ein bisschen größer. Das ist so eine Serie. Und was ist das für ein Bild davor, das größere? Das ist eine Fotokollage, die ich dann anschließend bearbeitet habe, in dem ich dann mit Sand und so auf dieses Foto aufgebracht habe und dann mit Photoshop entsprechend gestaltet habe.